Hallo, danke Vicky für die Vorstellung. Ich bin nur kurz aufgestanden, mir einen Überblick zu verschaffen und wir jetzt wieder hinsetzen, weil es gemütlicher ist, und gleich mit dem Referat anfangen. Ich hoffe, man hört mich gut von hier. Wenn es zu laut, zu leise wird, einfach schreien. Es geht heute um die Frage, wie die Klassengesellschaft, die Ausbeutung, die Unterdrückung entstanden ist historisch. Und den einen oder anderen mag das überraschen, weil an der Uni oder an den Unis, und es ist unter anderem eine Uni-Veranstaltung heute, da hört man eigentlich kaum von gesellschaftlichen Klassen, beziehungsweise wenn man davon hört, dann heißt das, dass die nicht mehr gibt, beziehungsweise insbesondere, dass die Arbeiterklasse nicht mehr gibt, weil es den Leuten so gut geht, weil Leuten jetzt nicht mehr so häufig in Fabriken mit rauchenden Schloten sitzen, sondern IT-Jobs haben oder Uber fahren. Und ich glaube, deswegen will ich ganz am Anfang von meinem Referat mal klarstellen, was ist überhaupt die Arbeiterklasse oder grundsätzlich gesellschaftliche Klassen? Wie verstehen wir als Marxisten und Marxistinnen die? Nämlich verstehen wir sie nicht subjektiv in Form von, das sind die, die sich besonders unterdrückt oder ausgebeutet fühlen. Und ja, idealisieren sie auch nicht, dass sie alle irgendwie in Fabriks-Outfits stehen müssen oder irgendwie in Fabriken mit rauchenden Schloten sind, sondern wir fassen als erstens objektiv wissenschaftlich irgendwie diesen Klassenbegriff, weil sonst könnte man die Welt nicht verstehen und weiter analysieren. Und als erstes sind Klassen bestimmt durch ihr Verhältnis zu den Produktionsmitteln. Da gibt es zum einen die arbeitenden Klasse oder eben in der Geschichte viele Klassen, arbeitende Klassen, die den gesamten Reichtum der Gesellschaft erarbeitet haben. Und dann gibt es die herrschenden Klassen, die von diesem Reichtum profitieren, die sich den zunutze machen, die sich den aneignen und damit die arbeitende Klasse, die unterdrückte Klasse ausbeuten. Und das ist besonders wichtig, weil alle anderen gesellschaftlichen Phänomene, was die Politik bestimmt, was die Kultur bestimmt, selbst was die vorherrschenden Ideen und die Religion etc. bestimmt, ist durch dieses Klassenverhältnis zentral mitbestimmt, ist durch dieses Klassenverhältnis grundgelegt. Und das werden wir auch eben sehen, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, wie Klassen überhaupt erst entstanden sind und eben mit diesem Klassenverhältnissen, Ausbeutung, Unterdrückung. Genau. Und wir werden eben weit zurückgehen in der Geschichte, aber es ist nicht einfach nur ein historisches Thema, sondern es hat eben hohe Relevanz für heute, für unser Verständnis von Menschen und liefert eben ein tieferes Verständnis, wie Klassen zum einen entstanden sind, aber auch, was die Bedingungen sind, damit wir diese Klassengesellschaft wieder loswerden und loswerden können. Und wenn man die Welt verändert, äh, verändern will, ich gehe mal davon aus, beziehungsweise ich hoffe, dass wir das alle hier wollen, dann hört man oft von den Verteidigern dieses Systems, dass Menschen sich nicht ändern werden, dass Menschen nur mal so sind, nur mal egoistisch, sexistisch sind, dass sie immer mehr wollen, dass sie sich immer gegenseitig ausnutzen werden. Und dieses Argument der menschlichen Natur ist, glaube ich, nach wie vor eines der beliebtesten der Herrschenden, um ihr System zu verteidigen. Und es ist eine der dreistesten Lügen, die sich immer noch hartnäckig halten. Denn der Mann und der Mensch war eben nicht immer so und diese sogenannte menschliche Natur hat sich schon sehr oft in der Geschichte zusammen mit den Umständen geändert. Und die Gesellschaft eben, wie schon angesprochen, war nicht immer in Klassen aufgeteilt und diese Ausbeutung, diese Unterdrückung existierte nicht immer. Und insbesondere, wie wir auch sehen werden, die Rolle der Frau war nicht immer die, die ihr jetzt von der Gesellschaft zugeschrieben wird, als nur zuständig irgendwie für den Haushalt, für die Kinder, für das Soziale und den Mann unterstellt. Genau. Und das Beeindruckende bei der, wie soll man sagen, bei der Analyse der Entstehung der Klassengesellschaft ist nicht nur, dass diese Klassen nicht immer gab, dass diese Verhältnisse nicht irgendwie von der Natur oder von Gott irgendwie gegeben sind, sondern entstanden sind, sondern dass man sie auch eben verstehen kann, erklären kann. analysieren kann. Und als Marxisten sehen wir die Geschichte eben nicht als Abfolge von Zufällen, sondern sie folgen gewissen Gesetzmäßigkeiten, die wir eben verstehen können, analysieren können. Und jeder ernsthafte Historiker hat auch die Verantwortung, eben Geschichte nicht nur zu beschreiben, sondern zu erklären, wieso die Dinge so passiert sind, wieso Geschichte so abgelaufen ist und nicht anders. Und die einfache Tatsache, diese einfache Tatsache, dass es eben Gesetzmäßigkeiten gibt in der Geschichte, die man erkennen und erforschen kann, die betone ich jetzt vor allem deshalb, weil es eben nicht die dominante Anschauung an den Universitäten mehr ist, in den Geisteswissenschaften, insbesondere in den Geschichtswissenschaften, die ich studieren durfte an der Uni Wien, sondern weil man dort immer mehr annimmt, dass es so etwas wie eine erkennbare Realität eigentlich nicht gibt und die Geschichte eben nicht nach konkreten materiellen Gründen abläuft. Beispielsweise, und es nimmt irgendwie eine interessante Ausformung an, weil meistens versteht man die Geschichte so, Geschichtswissenschaft, insbesondere von meiner persönlichen Erfahrung so als, wie man negativ an die Sachen rangeht. Beispielsweise im Geschichtsstudium, keine Ahnung, eine banale Weisheit, die hat das Habsburger Reich, ist irgendwie nicht so groß und stark geworden, wegen ihrer Heiratspolitik, auch wenn man das oft irgendwie glaubt und sagt. So, dass das irgendwie ein, keine Ahnung, stimmt, weil total viele Reiche haben das gemacht, aber an der Uni Wien, wenn man irgendwie zur Habsburger Monarchie unterrichtet wird, dann ist das alles, was die Professoren dazu sagen und da quasi so ein, es gab irgendwie so einen alten Mythos, haha, die haben früher geglaubt, Geschichte läuft so und so ab, aber so ist es nicht, Punkt. Und damit endet irgendwie dort der Geschichtsunterricht, weil sie nicht weiter erklären wollen und auch erklären müssen aus ihrer Sicht, wieso denn das Habsburger Reich, was die spezifischen Gründe war, wieso es so expandiert ist und wieso es schlussendlich zusammengebrochen ist. Genau, und das ist, glaube ich, wichtig, weil diese Historiker, auch wenn sie, wenn sie keine Gesetzmäßigkeiten erforschen wollen, sind aber an einem gewissen Punkt immer gezwungen, ja, wie soll man sagen, Ereignisse zu erklären, Gründe zu liefern. Historiker sind immer an diesem, kommen irgendwann immer an diesem Punkt und was machen solche Leute, die irgendwie keine Gesetzmäßigkeiten in der Geschichte sehen? Sie erklären meistens die Ereignisse durch die Macht der Ideen selbst. Beispielsweise die Französische Revolution war nicht Produkt irgendwie der materiellen Umstände, der gesellschaftlichen Klassen, die irgendwie unterschiedliche Interessen hatten, sondern aus den Ideen der Aufklärer, der Philosophen, die irgendwie diese schönen Konzepte hatten. Und dieses Konzept nennt sich Idealismus und dieses idealistische Geschichtsverständnis ist nicht neu und auch in der Forschung der Menschheitsgeschichte voll, oder war zumindest lange Zeit dominant. Zum Beispiel für lange Zeit des 20. Jahrhunderts war die dominante Vorstellung, dass der Mensch zuerst sein Gehirn und damit sein Denken und seine Ideen entwickelt hätte. Bevor er seinen Gang, seine Anatomie und seine Fähigkeiten, Werkzeuge herzustellen, entwickelt hat. Also zuerst die Ideen, dann irgendwie die Entwicklung der Werkzeuge, des Körpers, etc. Und es ist total interessant, weil Friedrich Engels, ein Mitbegründer des Marxismus, hat schon Ende des 19. Jahrhunderts diese idealistische Vorstellungen, dass das Gehirn irgendwie auf magische Weise sich entwickelt hat und dann der Mensch zu Mensch geworden ist und alles andere gefolgt hat. Der hat diese Vorstellung schon damals kritisiert und hat die These aufgestellt, dass es genau umgekehrt ist. In einem sehr interessanten Essay, das ist nicht lang, das kann man irgendwie gut lesen. Das heißt, es hat nur einen umständlichen Titel, nämlich der Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen. Und dort stellt er eben die These auf, dass es genau umgekehrt war, dass durch die evolutionäre Entwicklung zuerst die Hände unserer menschenähnlichen Vorfahren frei wurden und dadurch, dass die Hände frei wurden, wir komplexere Tätigkeiten verrichten haben können, wie eben Werkzeuge herzustellen. Und erst durch die Interaktion mit der Umwelt, durch die Herstellung von Werkzeugen, durch die Anwendung dieser Werkzeuge, erst dadurch hat sich das Gehirn entwickelt, haben wir noch komplexere Ideen schaffen können und im Umkehrschluss wieder komplexere Werkzeuge und umso besser die Natur für uns nutzen können. Und das Interessante ist, dass diese, keine Ahnung, man könnte sagen, okay, es ist halt nur eine falsche, komische Vorstellung, wenn man davon ausgeht, dass die Ideen irgendwie allmächtig sind und alles andere sich dem unterordnet. Aber es hat extreme Relevanz für die Praxis und auch für die Forschung. Weil dieser Ansatz hat beispielsweise dazu geführt, dass Anfang des 20. Jahrhunderts 1912 an einer Wunschstelle ein Mensch entdeckt, oder ein Vorfahre, einer unserer Vorfahren scheinbar entdeckt wurde, der so ein Skelett hatte, einen affenähnlichen Körperbau, aber ein voll entwickeltes Hirn, was eine komplette Bestätigung dieser idealistischen These gewesen wäre, was sich aber ein paar Jahrzehnte danach als Fälschung herausgestellt hat. Und das Interessante ist, glaube ich, nicht einfach, dass es eine Fälschung war, weil sowas passiert überraschend oft irgendwie, sondern dass die ganze Menschheit, insbesondere die Forschungskommunity in breiten Feldern geglaubt hatte und vertreten hat. Einer dieser Archologen, beziehungsweise der aus so einer Familie kommt, die das nicht geglaubt hat, dann, der schreibt über den Vorfall folgendes. Der 1912 in einer Gießgrube in Südengland gemachte Fund passte wunderbar zu der damals vorherrschenden Vorstellung von einem menschlichen Vorfahren mit wohlentwickelten geistigen Anlagen, aber auch ein paar menschenähnlichen, äh, menschenaffenähnlichen körperlichen Zügen. Er begeisterte zugleich die britischen Vorgeschichtsforscher, da er das Scheinwerferlicht wissenschaftlichen Interesses vom Kontinent weg auf das Kernland des Empires lenkte. Der erste Mensch war offensichtlich intelligent und ein Engländer. Das beschreibt, glaube ich, recht gut, wie, was für eine Rolle irgendwie, äh, ja, Philosophie, grundsätzliche, grundsätzliche Vorstellung von der Welt für eine Rolle spielen, irgendwie für, äh, für die Forschung, dass es wichtig ist, hier eine richtige, eine, ähm, eine, ähm, eine materialistische Anschauung zu haben, äh, die eben nicht den Ideen, ähm, die, die, die Ideen immer aus den materiellen Umständen herleitet. Und, äh, genau. Irgendwann in den 50ern wurde es als Fälschung, äh, entlarvt und in den 70ern wurde dann, äh, wurde dann Lucy gefunden, benannt nach dem Beatles-Song, Lucy in the Sky, äh, die, die diese These von Engels, irgendwie Jahrzehnte danach, irgendwie bestätigt, was, äh, äh, weil es ein Fund ist von, von einem Skelett mit schon fast aufrechtem Gang, aber eben noch keinem entwickelten Hirn, einer, äh, so, so wie beim Menschen oder seinen, äh, genau, in seinen frühen Entwicklungsphasen. Und, ähm, genau. Und diese, ähm, diese, ähm, diese, ist wirklich wichtig, sich die zu eigen zu machen, weil man damit Geschichte wirklich, äh, ja, nicht, nicht nur beschreiben, sondern wirklich gut verstehen kann. Und ein zentraler, oder die zentrale These der, der marxistischen Geschichtsauffassung ist, dass, äh, dass die ökonomischen Verhältnissen schlussendlich das gesellschaftliche Leben bestimmen. Was heißt das genau? Das heißt, dass die Art und Weise, wie wir Lebensmittel produzieren, einfach die, das zu essen, zu wohnen, zu trinken, etc., wie wir das alles produzieren, dass das schlussendlich die Grundlage des gesellschaftlichen Lebens darstellt. So, Engels hat das natürlich viel schöner irgendwie, äh, formuliert, in, in, äh, einer Grabrede für, in der Grabrede für, für Karl Marx. Ähm, nämlich, wie Darwin das Gesetz der Entwicklung der organischen Natur, so entdeckte Marx das, äh, das Entwicklungsgesetz der menschlichen Geschichte. Die bisher unter ideologischen Überwucherungen verdeckte einfache Tatsache, dass die Menschen vor allen Dingen zuerst essen, trinken, wohnen und sich kleiden müssen, ehe sie Politik, Wissenschaft, Kunst, Religion und so weiter treiben können. Dass also die Produktion der unmittelbaren materiellen Lebensmittel und damit die jedesmalige ökonomische Entwicklungsstufe eines Volkes oder eines Zeitabschnitts die Grundlage bildet, aus der sich die Staatseinrichtung, die Rechtsanschauung, die Kunst, selbst die religiösen Vorstellungen der betreffenden Menschen entwickelt haben. Und dies findet eben auch, insbesondere wenn man so über die Urgesellschaft redet und die Entwicklung der Menschheit, äh, findet seine Bestätigung dort in der Forschung. Denn jede, jede neue Anwendung von, von gewissen Werkzeugen und gewissen, äh, gewissen Stoffen und Ressourcen haben gleichzeitig neue Perioden von gesellschaftlichem Leben, äh, von Religion, von Kultur, etc. entwickeln lassen. Und auch in der Forschung, äh, in der Forschung sieht man das ganz gut, weil die Einteilung von diesen ganzen Perioden, sie meistens nach den Werkzeugen oder eigentlich besser den, besser den Stoffen, äh, benannt aus denen die Werkzeugen kommen. Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit, etc. Und genau, das sollte man sich alles im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt so die Menschheitsgeschichte durchgehen. Beziehungsweise die, äh, die Entstehung der Klassengesellschaft. Und die meiste Zeit, ähm, lebte der Mensch eben in der, in der Urgesellschaft. In, also sein frühstes, frühstes Entwicklungsstadium. Und zwar meistens in kleinen Gruppen von ein paar Dutzende, maximal so 100, 150, äh, Leuten. Und sie lebten als, äh, als Nomaden, zogen also umher und, äh, ernährten sich vor allem durch Jagd, durch Fischfang und durch das Sammeln von, von Früchten und Pilzen. Und eben alle, alle Menschen lebten damals in solchen Gesellschaften, äh, bis, äh, bis, äh, bis in die, muss man sagen, bis vor 10, bis, bis 12.000 Jahre eine Entwicklung einsetzte, eben diese Gesellschaft, äh, zerrüttete und, äh, und veränderte. Doch, jetzt will ich ein bisschen darauf eingehen, was, was solche Urgesellschaften eigentlich ausmachte, in der der Mensch die, äh, die meiste Zeit irgendwie gelebt hatte. Es waren Gesellschaften, die eigentlich keine gesellschaftliche Ungleichheit oder Benachteiligung von irgendjemanden kannten. Es gab keine Unterschiede aufgrund des sozialen Status oder, oder sonst etwas in der Gesellschaft. Und aus dem Grund nannte Engels diese Gesellschaften auch Urkommunismus. Natürlich kann man irgendwie schwierig sagen, wie im Detail dieses, äh, das Leben in so Urgesellschaften ausgeschaut hat. Aber es gibt einige, äh, einige Möglichkeiten, um, äh, um so Schlüsse zu ziehen, wie, wie es wohl aus, äh, ausgesehen haben mag. Beispielsweise gibt es einige, äh, Studien von, von solchen Jäger- und Sammlergesellschaften, ähm, die, die teilweise bis heute oder zumindest bis in die 70er, 80er existiert haben, die man nur gesuchen hat können. Äh, äh, unter anderem eben der Stamm der Kung San, äh, in der Kalahari, das ist im Süden von Afrika. Und, äh, eine, eine Beobachtung, äh, von diesem Stamm lautet, die Kung haben keine Häuptlinge und keine Anführer. Niemand erteilt oder befolgt Befehle. Mit anderen Teilen ist im Verhalten und in den Wertvorstellungen der Kung Wildbeuter tief verwurzelt, geradezu wie Gewinn- und Zweckmäßigkeitsdenken im Mittelpunkt kapitalistischer Moral stehen, so steht das Teilen mit anderen im Mittelpunkt der Wildbeutergesellschaften. Und diese Gesellschaften waren, also das, das waren irgendwie gute, erfolgreiche, ähm, Jäger und Sammler, und die, sozusagen, die sammelten und jagten halt genau das, was sie auch zum, äh, zum Überleben brauchten. Das heißt, sie produzierten keinen nennenswerten Überschuss. Äh, drüber hinaus. Und daraus resultiert schlussendlich eben auch dieses penibel genau darauf achten, dass alles gut geteilt wird, äh, was, was man bei, also was man nicht nur bei diesem Kungstamm, sondern bei allen diesen Urgesellschaften findet. Beispielsweise bei den Aborigines, äh, Aborigines in Australien. Und diese, ähm, diese Teilungen gehen, also die sind wirklich teilweise mega penibel genau, äh, bei, bei, bei diesem, bei diesem Kungstamm wird teilweise berichtet, dass man so einen großen, äh, äh, keine Ahnung, irgendwie den Elefanten, irgendwie ein Riesentier irgendwie heimbringt und dann gibt's irgendwie über 60, 70, ähm, 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 so, so Rechnungen, wie, was geteilt wird und an welchen Verwandtschafts, an welchen Verwandtschaftsgrad, äh, welcher Teil irgendwie des Elefanten, äh, des Elefanten irgendwie geht. Und der Grund dafür, der Grund dafür, dass das so auf Solidarität, auf Teilen, etc. aufbaut, ist eben, dass es dort kein, kein Privateigentum gab. Aber es gab eben niemand, der irgendwas horten durfte oder konnte, der sich irgendwie ein Meer nehmen hat können, sonst wären schlussendlich einfach alle ausgestorben. Deswegen war diese Gesellschaft so auf Teilen und Zusammenarbeit und Solidarität angewiesen. Und das geht wirklich tief in, äh, in die Rituale und, und Bräuche über von, äh, von den Menschen, die damals geliebt haben. Es wird, äh, es gibt ein anderer, schöner Bericht irgendwie dieses, dieses Stammes, wo, ähm, es wird eigentlich berichtet, wie, wie der Stamm immer mit erfolgreichen Jägern umgeht. Wenn sie heimkommen und richtig, richtig viel mitgebracht haben, äh, so ein fetter, guter Haxen, äh, dann, dann müssen sie irgendwie ins Lager kommen, müssen sich übrigens ins Eck setzen, total traurig gucken und dann erst nach ein paar Stunden darf man ihn ansprechen und fragt ihn so, hey, ja, und hast du, warst du heute erfolgreich beim Jagen? Und er muss die ganze Zeit seinen Erfolg runterspielen, ne? Er muss sagen, irgendwie, ja, vielleicht ein paar kleine, ein paar kleine Tiere gesehen, ja, es ging nicht so gut und, äh, und das, das Spiel geht irgendwie, das geht irgendwie mehrere, mehrere solche Phasen lang, bis schlussendlich halt alle lachen und so in Ekeleis, also was total übergroßes Gefangen, äh, gefangen hat, äh, aber es ist irgendwie, es ist volles, interessantes Ritual, oder? Weil, äh, weil sie mit, mit großen Erfolgen nicht so umgehen wollen, dass die, dass die gehypt werden, dass die einen hohen Status bekommen, sondern im Gegenteil, dass sie das, äh, dass sie das nicht wollen, dass sie irgendwie diese, diese Gleichheit erhalten wollen. Und diese, äh, diese gleichen, eben egalitären Verhältnisse zeichnen sich auch, ähm, zeichnen sich auch durch die Stellung der Frau in diesen Gesellschaften ab. Ähm, Friedrich Engels wieder, der hat, äh, der hat, äh, der hat ihm ein ganzes Buch dazu geschrieben, der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates, wo er, äh, wurde es analysiert, ähm, anhand von den aktuellsten anthropologischen Studien seiner Zeit, insbesondere von, von Henry Morgans, von den Jurokesen, aber auch von den, ähm, von der Entwicklung hin zu den Griechen, den Römern, den Germanen. Und er zeigt eben auf, dass es damals in diesen Urgesellschaften keine systematische Unterdrückung der Frau und keine Schlechterstellung der Frau gab. Und dass diese eben erst mit der Herausbildung eben des Privateigentums, der Klassenverhältnisse und des Staates angefangen hat. Und bis heute bietet eigentlich diese Untersuchung, diese Erkenntnis, äh, einfach eine Inspiration für die gesamte Bewegung, für die gesamte Arbeiter- und Frauenbewegung, äh, das, weil eben Frauenunterdrückung mit der Klassengesellschaft, mit der Klassenausbeutung entstanden ist, eben mit der Beendigung, äh, derer, äh, wieder abgeschafft werden kann, beziehungsweise die Basis dafür gelegt werden kann. Und bürgerliche Feministinnen können das heute irgendwie Engels noch nicht verzeihen und produzieren jedes Mal irgendwie Artikel, Untersuchungen, um, um zu erklären, wie veraltert diese Erkenntnis sei und dass die, dass die Frau auch schon in der Urgesellschaft, äh, eine Schlechterstellung gehabt hätte. Ein, einer von diesen, äh, Theoretikern aus Paris beispielsweise schreibt, das männliche Monopol auf Jagd und dem Besitz von Waffen versetzte Männer im Vergleich zu Frauen überall in eine Position der Stärke. Was bedeutet, dass Frauen überall in eine Situation gebracht wurden, wo sie auf die Rolle reiner Instrumente in den Strategien der Männer reduziert werden konnte. Und was, was diese Wissenschaftler machen, ist halt, Wissenschaftler, keine Ahnung, äh, ist, ist irgendwie eins zu eins die Vorstellung der heutigen Gesellschaft, äh, zu nehmen, die, die wir haben und, äh, auf die, äh, auf die Urgesellschaft zu übertragen. Und dazu muss man sagen, erstens, es ist, äh, es ist einfach keine bestätigte Annahme, dass, dass Frauen, äh, grundsätzlich nur fürs Sammeln zuständig waren und Männer nur fürs Jagen. Es gab, es gibt viele Berichte und es, äh, keine Ahnung, es sind auch immer wieder neue Untersuchungen, äh, wie aus den Gesellschaften der Anden in Südamerika oder von den Philippinen, dass Frauen tatsächlich, und zwar in überwiegendem Teil bei, bei Jagden teilgenommen haben. Und, äh, was man dazu auch noch sagen muss, was, glaube ich, noch viel wichtiger ist, ist, dass selbst, wenn so eine Arbeitsteilung entstand, äh, wenn es so eine Arbeitsteilung gab und eine derartige Arbeitsteilung, wo, äh, wo Frauen vor allem gesammelt haben, wo Männer vor allem gejagt haben, ist in allen diesen Urgesellschaften ab einem gewissen Punkt entstanden. Dann, äh, weil es einfach eine Notwendigkeit war, weil, äh, weil Frauen eben, äh, schwanger geworden sind und die Kinder sehr viele Jahre mit sich rumtragen haben müssen, äh, und Zeugen haben müssen und das einfach, ja, bei Jagd irgendwie sehr unpraktikabel ist und man riskiert, man riskiert halt sofort zwei Leben, oder? Aber auf jeden Fall, das Wichtige dabei ist, dass diese Arbeitsteilung eben nicht dazu, äh, äh, die sich am gewissen Punkt entwickelt, nicht zu einer schlechter Stellung, äh, oder zur Unterdrückung der, der Frau führte. Vielleicht sogar im Gegenteil, weil die Sammlerinnen waren erstens für, für den größten Teil der, der Lebensmittel, der Nahrungsmittel zuständig, sammelten eigentlich fast 80 Prozent und weil es gesammelt wurde, ist es auch die sichere Nahrungsquelle in Wirklichkeit im, im Vergleich zur Jagd, ähm, und, äh, dadurch, dass sie, dass sie nicht nur fürs Sammeln, sondern auch fürs Verteilen dieser ganzen Lebensmittel zuständig waren, hatten sie eigentlich sogar, äh, ja, einfach eine sehr angesehene und, und wichtige Stellung der gesamten Gesellschaft, die, ähm, ja, die Patricia Draper, die ebenfalls diese, ähm, diesen Stamm in Südafrika, im Süden von Afrika, analysiert auf die Stellung der Frau hin, die schreibt beispielsweise über diesen Kung-Sand-Stamm, Männer und Frauen der Wildbeutergruppen sind egalitär im Umgang miteinander. Typischerweise leben sie in gemischtgeschlechtlichen Gruppen im Lager zusammen, obwohl sie ihre Arbeit für gewöhnlich in gleichgeschlechtlichen Gruppen verrichten. Die Frauen zeigen gegenüber den Männern keine Unterwürfigkeit. Sie leben in kleinen Gruppen ohne stark ausgeprägte Führungsrollen. Sie treffen Entscheidungen nach dem Konsensprinzip, wobei Frauen gemeinsam mit den Männern entscheiden. Also das, oh, sehr unbefunden mit diesem Mikro, also das, das klingt irgendwie schwerlich, wie eine Gesellschaft, wo eine Frau zu einem reinen Instrument, äh, wird. Und ebenfalls interessante Untersuchungen, ähm, aus, äh, ja, ich glaube, über fünf oder sechs von diesen Urgesellschaften ist, und insbesondere dieser Kung-Sand, aber eben auch andere Stämme, dass de facto kein, äh, kein Hinweis auf häusliche Gewalt gefunden worden ist in diesen, äh, in diesen Gesellschaften. Was irgendwie eine erstaunliche Tatsache ist, wenn man sich die heutige Situation anschaut. Und eben diese Urgesellschaften, ich, ich, ich wollte es irgendwie ausführlich darstellen, weil es ist, glaube ich, wirklich wichtig, äh, wie man gesehen hat, sind diese Urgesellschaften eben kein unzivilisierter Haufen, ähm, wie, wie es oft dargestellt wird, vor allem von der britischen, äh, Philosophie von, von Leuten wie Hobbes. Aber es ist auch kein, also man soll es auch nicht idealisieren, es ist auch kein paradiesischer Urzustand gewesen. Es haben halt Leute zusammengelebt, haben, äh, haben Sachen geteilt, Solidarität. Es gab keine gesellschaftliche, äh, schlechter Stellung, äh, und meist, meist wurde aber das Gesammelte halt innerhalb von wenigen Tagen konsumiert, aufgegessen, man musste wieder auf die Jagd gehen, wieder sammeln gehen, äh, und es, es gab einfach so, äh, mit, mit diesem Lebensstil, dass man in Wirklichkeit von der Hand im Mund lebte, eine geringe Lebenserwartung, eine geringe Geburtenrate. Und wie, wie aus, äh, ja, und gleichzeitig gehört aber keine Ausbeutung, keine Unterdrückung. Ähm, und wie, wie, wie ist nun aus dieser Situation, äh, in der Gesellschaft gekommen, wo eben Unterdrückung und Ausbeutung kennt? Das, das hat irgendwie eine längere Geschichte gemacht. Zum einen, aus der Notwendigkeit der Lebensmittelbeschaffung verbesserten sich die Werkzeuge und der Umgang, äh, mit Pflanzen, Tiere und auch das Wissen über sie, was auch, äh, was auch durch klimatische Bedingungen begünstigt worden sind. Und die Werkzeuge verfeinerten sich. Man hat beispielsweise aus, äh, aus kleinen Knochen, die man angespitzt hat, äh, äh, eine Nadel geformt. Und mit diesen hat man irgendwie seine Pelze besser, ähm, besser stopfen können, besser nähen, ähm, nähen und flicken können, womit der Mensch irgendwie sich weiter ausdehnen hat können oder in kältere Gebiete ansiedeln hat können. Ähm, aus Knochen hat man ebenfalls Apunen, äh, formen können. So, es, 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 es hat einfach eine, eine, ja, ja, Intensivierung von, von den Arbeitsmitteln stattgefunden. Und eben immer mit, äh, mit dieser weiteren Zunahme von, äh, von Ressourcen, verbesserten Klimabedingungen, eben auch von verbesserten Werkzeug und Techniken, äh, ist ab einem gewissen Punkt, ähm, sind die Menschen sesshaft geworden, haben, haben sich angesiedelt an einem Ort und, äh, diese Jäger- und Sammlergesellschaft hat sich immer mehr aufgelöst und wurde ersetzt durch, ähm, durch eine Gesellschaft, die sich vor allem von Landwirtschaft und Viehzucht ernährt hat. Also die, wo man früher irgendwie das Getreide halt gesammelt hat und so, hat man es jetzt gezüchtet wirklich und, äh, und, äh, am Feld ausgesäht. Äh, und, äh, genau, wo man halt früher gejagt hat, hat man jetzt irgendwie Vieh, äh, gezüchtet. Äh, und das, dass man sich das zeitlich irgendwie vorstellen kann, dass, äh, diese Entwicklung hat einige Jahrhunderte, teilweise Jahrtausende gebraucht, aber beispielsweise im Nahen Osten, wo es wahrscheinlich als erstes passiert ist, war es so, 8000 vor Christus war dieser Prozess mehr oder weniger abgeschlossen. Und die Menschen sind dort sesshaft geworden. Und das ging eigentlich in einer recht schnellen Zeit. Die, ähm, in der Archäologie wird es auch, äh, Neolithische Revolution, äh, genannt. Ähm, ähm, und, weil es eben eine, eine sehr, sehr sprunghafte Entwicklung war und so einen Cut gemacht hat mit, äh, mit, mit wahnsinnigen Auswirkungen. Und interessanterweise wird das, äh, wird das, äh, ebenfalls von, von bürgerlichen Wissenschaftlern infrage gestellt und man, man, man redet drüber, ob man es vielleicht nicht eher Neolithischer Übergang oder Transformation nennen soll, äh, weil es so ein bisschen diese, äh, diese Ablehnung von, von Revolution zum Beispiel an Namen, weil es eher wahrscheinlich marxistisch anhaftet, aber auch generell, dass man die Vorstellung hat, dass Sachen linear ablaufen und nicht, äh, nicht sprunghaft. Und dazu muss man sagen, gemessen an der, an der, an der, an der Menschheitsgeschichte, dass der Mensch irgendwie jahrhundertelang, äh, sich kaum, kaum die Lebenssituation eigentlich verändert hat bis zu diesem Punkt und dann innerhalb ein paar Jahrhunderte oder, oder Jahrtausende meinetwegen, irgendwie, sich total viel getan hat, so diese Entwicklung zugenommen hat, äh, ist das einfach ein Sprung, so, das muss man immer in der Relation sehen. Und, äh, ist, glaube ich, auch wichtig für das generelle Verständnis, auch, auch für heute, die, äh, alles verändert sich und entwickelt sich nicht immer stetig, langsam und linear, sondern es gibt irgendwie diese langsamen Phasen, die eben sprunghafte, äh, Explosionen und eben auch Revolutionen vorbereiten. Und eben dieses Resultat der Sesshaftwerdung, äh, waren zum einen sichere Lebensumstände und, äh, dadurch, äh, ermöglicht ein sprunghaftes Anwachsen der Bevölkerung, äh, und immer mehr Dörfer bis hin zu Städten haben sich dadurch gebildet. Und einer der ersten Städte, äh, in Jericho, das war jetzt so im Westjordanland, ähm, die sich ungefähr 8.500 vor Christus, äh, gebildet hat und um die 1.000 Einwohner gehabt hat. Und durch die, äh, durch diese neue Art des Wirtschaftens, der Bewirtschaftung des Landes, der Viehzucht, äh, gelang es eben immer eine größere, einen größeren Überschuss zu produzieren über das, was man halt so konsumiert und eben immer mehr, äh, immer mehr Leute zu ernähren. Und, äh, umso weiter dieser Überschuss angewachsen ist in diesen Gesellschaften, umso, umso öfter, umso mehr hat sich die Frage gestellt, was soll man machen mit diesem Überschuss? Äh, äh, zum, ähm, zum einen wurden natürlich Lagerräume angelegt, äh, um die, äh, um die ganzen Lebensmittel, ähm, zu lagern. Und schlussendlich hat dieser Überschuss, äh, dazu geführt, dass man eine gewisse Schicht der Bevölkerung wirklich freistellen hat können für andere Tätigkeiten, nicht nur mit den, äh, mit den, äh, mit den alltäglichen Überlebenssachen. Beschäftigt waren. In Jericho selber beispielsweise hat man so eine Stadtmauer und einen Stadtturm erbauen können mit, äh, mit diesem Überschuss, weil Leute einfach freigestellt waren für diese Arbeit. Und schlussendlich entstand die Trennung, ähm, die Trennung der Kopf- und Handarbeit. Also, dass wirklich Schichten, ähm, gewisse Schichten der Bevölkerung, äh, eine Minderheit der Gesellschaft sich nur der, der, der Kopfarbeit widmen hat können. Und, äh, das beispielsweise, ähm, in Ägypten ist besonders interessant, weil es sehr, zum einen war es halt eine sehr furchtbare, gute Gegend am Nil irgendwie für, äh, für die Landwirtschaft, äh, und zum anderen war die Gesellschaft dort so weit entwickelt, dass, äh, äh, dass sie diese Gegend auch wirklich, äh, nutzen haben können und, äh, bewirten hat können. Aber, äh, es war eigentlich keine einfache Sache, weil der Nil hat eben die große Überschwemmungen. Und es war notwendig, dass man wirklich große Kanalsysteme anlegt, um gewisse Gegenden trocken zu legen und, äh, gewisse Gegenden planmäßig zu bewässern. Und, äh, das muss man sich echt vorstellen, da hat es hunderte von, von Arbeiterinnen gebraucht, um diese Kanäle anzulegen. Und eben, und das ist das, äh, das Zentrale, eine, eine spezielle Schicht. Und in Ägypten war es die Priesterkaste, die man dafür, äh, freigestellt hat von, von der normalen, äh, Arbeit, damit sie, damit sie diese Arbeit koordinieren, damit sie Pläne anlegen für diese Kanäle. Und, äh, damit sie diese, diese Überschwemmung des Nils versuchen vorherzuberechnen, vorherzusehen. Genau, wichtig dabei ist, dass so eine Herausbildung von einer extremen Kaste noch, noch keine Klassengesellschaft per se bedeutet. Ähm, die mussten irgendwie noch der Gemeinschaft zunutze sein, äh, und so weiter. Und die, äh, konnten sich auch immer wieder, äh, verändern. Es gab noch kein Privateigentum, aber es, es hat in diese, in diese Richtung gedrängt. Und, äh, schlussendlich, äh, schlussendlich war, gab es keinen Wege irgendwie daran vorbei. Weil durch diese weitere Spezialisierung, genau, und, äh, und diese, diese, ich soll mal sagen, diese Entwicklung von, äh, von dieser Spezialisierung von Arbeit, von dieser Arbeitsteilung hin zu Privateigentum, die hat irgendwie in extrem vielen Gesellschaften stattgefunden und hat immer unterschiedlichste Ausformungen gehabt. Aber es hat immer, äh, äh, einen, einen allgemeinen, allgemeinen Zug gegeben. Und ich will, ich will das vor allem an, anhand von, äh, von der Hochkultur in Mesopotamien darstellen. Dort gab es eben wieder so eine, eine Städteentwicklung, und zwar sehr hohe, große Städte. Vor allem die Stadt Uruk, die, äh, die um 3100 vor Christus bereits 40.000, äh, Menschen beherbergt hat. Und da entwickelt sich eben eine, eine massive, also bei so vielen Leuten, da entwickelt sich eine massive Spezialisierung von, äh, von Arbeit mit diesem großen Überschuss. Und gerade in der Stadt selber eben ein eigenes Handwerk, äh, eine, 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 eine eigene Handwerksschicht, ähm, die eben, ja, die eben sich wahnsinnig spezialisieren hat können und eben diese, äh, diese Priesterkaste, äh, die eine spezielle Rolle gespielt hat. Und, äh, äh, das hat so einen Ausmaß eingenommen, dass sich quasi die Stadt selber nicht, äh, nicht mehr von der umgebenden Landwirtschaft, äh, ernähren hat können. Quasi, oder? Diese Teilung in Kopf und, äh, und Handarbeit, sondern sie die umliegenden Dörfer, von denen, die, äh, die Lebensmittel gebraucht haben, um, dass die Stadt sich weiterentwickeln kann und dass, dass die Stadt sich ernähren kann. Ja, das hat zuerst irgendwie, äh, begonnen mit so Opferabgaben, die diese Dörfer leisten haben müssen, an, äh, an den Tempel in der Stadt. Teilweise durch Austausch mit, äh, mit den Handwerksgütern. Aber umso, umso größer dieser Überschuss geworden ist, äh, und um, und umso mächtiger die Stadt. Ist aber am gewissen Punkt umgeschlagen in, äh, in, äh, in, eigentlich Formen der Ausbeutung, in Form von so, von so Pflicht- und Zwangsabgaben der Dörfer an die, an die Städte. Und so entwickelt sich eben dieser Widerspruch von Stadt und Land weiter. Und hier kommt, äh, hier kommt, äh, hier kommt in Wirklichkeit die Entstehung des Privateigentums und der Klassen ins Spiel. Weil vor dieser Entwicklung, vor dieser extremen Intensivierung der Städte, der Ausglünderung der Dörfer, vor dieser Entwicklung ist das Land, ähm, kollektiv besessen worden, von, von den ganzen Familien gemeinsam. Und dies wurde eine Zeit lang eben auch beibehalten. Doch sobald neue Ländereien entstanden sind, durch diese großen Bewässerungsprojekten, wurde, äh, wurde das Land, das dadurch entstanden ist, schlussendlich an den Tempel und dann an individuelle Privatpersonen übertragen, abgegeben. Es ist de facto in ihren Privatbesitz übergegangen. Und damit ist de facto eine Art von, ja, Privateigentum von Grund und Boden entstanden. Und immer, äh, ja, und es hat dazu geführt, dass man sich immer mehr von diesem, von diesem Mehrprodukt einverleiben will und die, die Bauern immer, immer abhängig geworden sind. Äh, schlussendlich nicht nur Zwangsabgaben leisten haben müssen, sondern auch Zwangsarbeit. Mehr oder weniger, ein bisschen ähnlich wie im Mittelalter, so Fohnarbeit auf den, auf den Ländereien des, des Tempels. Und, ähm, das, äh, das, äh, das Wichtige auch gerade, was die, was die Stellung und die Rolle der Frau angeht, hier, hier, äh, kommt es ins Spiel, dass diese Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen davor, äh, sich schon in die Jäger- und Sammlergesellschaft entwickelt hat. Und sich daraus, äh, eben die Situation entwickelt hat, dass Frauen mehr für, ähm, mehr für die Arbeit im Haushalt und in der Landwirtschaft, äh, tätig waren. Und, ähm, Männer mehr in der Viehzucht und eben hier im Handwerk in den Städten und auch Teil dieser Priesterkaste waren. Eine Arbeitsteilung, die irgendwie lange Zeit keine Schlechterstellung, äh, oder Unterdrückung bedeutet hat, aber hier, sobald das Privateigentum, äh, ins Spiel kommt, äh, dies sehr wohl bedeutet. Weil die Frauen produzieren mehr oder weniger für den, äh, für den eigenen Bedarf der Familie. Und alles, was jetzt im Überschuss drüber hinauskommt, was man sich irgendwie als Eigentum einverleibt, das, das können jetzt nur die, die Männer in Form von Handwerkern und Priester, äh, machen. Und das ist eigentlich der Beginn der, äh, der Frauenunterdrückung, der, äh, der wirklichen Schlechterstellung. Und nun, weil, und selbst die Kontrolle über, über die Sexualität der Frau, weil nun stellt sich der Mann, äh, der, der irgendwie ein Eigentum hat, der irgendwie diese, der irgendwie diese, dieses Mehrprodukt, äh, in seinem Besitz hat, stellt sich nur die konkrete Frage, wie kann ich das an meinen, an meinen Nachkommen vererben. Weil zuvor sind die Vererbungslinien immer durch die Frau gegangen, weil man kann halt total leicht irgendwie, äh, auch in der Urgesellschaft herausfinden, äh, wessen, ja, wessen Mutter hat, hat ein Kind. Aber beim Mann insbesondere, wenn es, äh, wenn sie in keine monogame Beziehungen sind, kann man das nicht. Und das ist der Punkt, äh, der, der Mann, der nun sein Eigentum vererben wollte, hat, äh, ja, musste, äh, ja, musste quasi sicher gehen, dass die Frau, ähm, dass die Frau nur mit ihm verkehrt. Dass, de facto, weil, davor war, war es eine Gesellschaft, die teilweise in Gruppenehen gelebt hat, teilweise in Einzelehen, die aber auch sehr leicht, äh, lösbar waren, die sich sehr, äh, schnell verändert haben. Ähm, ähm, der jetzt de facto irgendwie dieses, äh, dieses neue, äh, Eigentumsverhältnis eben auch auf die Familie und die Frau übertragen hat und, äh, zur, zur, zur monogamen Ehe gezwungen worden ist. Also man dazu sagt, das bedeutet natürlich nicht monogame Ehe für den Mann, äh, äh, weil zeitgleich zu der, äh, äh, in der Zeit ist ebenfalls die Prostitution entstanden, als, äh, als Teil quasi für den Mann aus der monogamen Ehe auszusteigen, äh, äh, auszusteigen, aber eben nicht für die Frau. Und, ja, ja, eben mit dem Aufkommen der Vererbung über diese, über diese männliche, äh, Linie und, äh, der monogamen Ehe geriet eben die Frau in völliger Abhängigkeit von ihrem Mann und den männlichen Verwandten. Und letzte, äh, letzte Entwicklung, weil das heißt, der Entstehung der Familie, des Privateigentums und des Staates zusammen mit der Entstehung, zusammen, zusammen mit der Entstehung des, äh, des, äh, des Privateigentums und umso größer diese Städte geworden, äh, sind und, äh, und das Eigentum war die Frage davon, diesen Überschuss eben, um zu schützen, das Eigentum irgendwie der, der neu entstandenen Klasse zu schützen, wofür man, äh, wofür man immer, äh, mehr an eigenen Militärapparaten in Wirklichkeit gebraucht hat, äh, um sich von äußeren Feinden am Anfang zu schützen, aber auch immer mehr, äh, von inneren Feinden. Am Anfang war, war das, äh, war das, äh, war das noch geregelt durch, durch Wirklichkeit die Bewaffnung des Volkes selber, was aber dann immer wieder zu Problem geworden ist für diese neu entstandene Klasse, weil das Volk dann umso mehr als unterdrückt worden ist, irgendwann gegen, äh, gegen die, äh, gegen die Herrschenden aufbegehrt hat, äh, gegen diese Priesterkaste, äh, 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 aufbegehrt hat, äh, gegen diese neu entstandene Klasse aufbegehrt hat, äh, äh, sehr oft eben solche Kriege gab und, und, um, um, umso, äh, weiter sich diese Klassengeschäft entwickelt hat, äh, umso ausdifferenzierter wurde irgendwie dieser Militärapparat, es wurden hauptberufliche Soldaten eingeführt und es entstand eben de facto ein Staat, ein Staat als, äh, als Instrument, äh, zur Niederhaltung der, der eigenen Bevölkerung und der, äh, der Klasse, die, die man ausbeutet. Und, genau, diese, diese Entwicklung, die ich jetzt vor allem versucht hab, äh, von, äh, Mesopotamien her zu, äh, zu erläutern, äh, war eben in seiner, in seiner Grundlage im Allgemeinen die Entwicklung, die eben überall, äh, in den verschiedensten Gesellschaften zur Entstehung der Klassengesellschaft, äh, geführt hat. Und das Interessante, also, das war halt voll der Umbruchpunkt, das ist nicht, äh, und das merkt man, oder? Es war, es war nicht rein ökonomisch, äh, oder, 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 oder politisch, oder was den Staat angeht, sondern es war wirklich eine, eine grundlegende Revolution und Veränderung des Lebens an sich, es hat, es hat, es hat die Stellung der Frau verändert, die, die Situation der Familie, es, es hat auf alle, auf alle Lebens, äh, Situation extreme Auswirkungen gehabt. Wahrscheinlich noch fünf Minuten. Ähm, ähm, und, die, die Frage ist, wie soll, wie soll man jetzt, so, gegen Ende des Offerates, wie soll man diese Entstehung, äh, der Klassengesellschaft, äh, bewerten, gesamthaft? Und was soll, was soll man daraus ziehen für heute? Wenn mit der Entstehung von Klassen, mit der Entstehung von Frauenunterdrückung, von diesem unterdrückischen Staatsapparat, und schlussendlich eben auch mit dem Aufkommen der Sklaverei, ähm, das, keine Ahnung, das klingt ziemlich geschissen, oder? Das bringt viele, äh, das bringt vielen zu den, äh, das bringt viele auch zu der These, dass diese Entwicklung raus aus dieser scheinbar paradiesischen Urgesellschaft rein in diese ausbeuterische Klassengesellschaft in Wirklichkeit ein Rückschritt war, oder auf jeden Fall kein Fortschritt für die, für die menschliche, ähm, Entwicklung. Gleichzeitig hat sich aber eben durch diese Klassengesellschaft, durch die Ausdifferenzierung von, von Arbeit, durch die Arbeitsteilung, etc., haben sich die Produktivkräfte, hat sich die Wirtschaft massiv entwickeln können, und damit eben Kultur, Wissenschaft, Kunst, und seinen ersten Höhepunkt von dieser Klassengesellschaft, äh, von dieser Klassengesellschaft hat, äh, hat sich das eben in der Antike von, äh, Griechenland und von Rom erreicht. Und, ja, zur Frage, ob das ein Fortschritt war oder nicht, ich, mir kommt immer dieses Beispiel von Monty Python, äh, und, äh, das Leben des Brines in den Sinn, wo, wo sie, wo sie sich irgendwie treffen in ihrer, in ihrer Wohnung, und sie fragen, was haben die Römer jemals für uns getan, und dann, äh, dann fangen sie irgendwie an aufzuzählen, was ist, äh, was ist, äh, was ist mit dem Aquädukt, was ist mit der Bewässerung, mit den Schulen, mit der medizinischen Versorgung, ah ja, aber abgesehen von dem, was haben die Römer jemals für uns getan, äh, und dann, und dann geht die Liste irgendwie weiter, und, ich meine, ein lustiges Beispiel, aber, äh, es steckt nämlich viel Wahrheit darin, weil das Wichtige ist, wir als Maxisten verteidigen die, also sagen, verteidigen, wir sagen, dass die Entstehung der Klassengesellschaft, äh, sehr wohl ein, ein Fortschritt war. Und wenn man, wenn man nicht glaubt, dass es ein Fortschritt war, dann weil man in Wirklichkeit eine idealistische Vorstellung hat, wie, äh, wie sich Geschichte, äh, entwickeln können, dass, dass die Ideen sofort perfekte Gesellschaft bilden könnten, als könnte man von einem, Schlag, als hätte man aus einem Schlag heraus aus der Urgesellschaft, ähm, die gesamte Menschheit befreien können, die perfekte Demokratie, die perfekte Gesellschaft aufbauen können, aber das sind, äh, das sind Wirklichkeit Luftschlüsse, es, es braucht irgendwie materielle Grundlage für, ähm, für eine perfekte Gesellschaft, so, ähm, und wir verteidigen eben die Entstehung der Klassengesellschaft als fortschrittlich, weil es einfach eine notwendige Stufe in der Entwicklung dieser Produktivkräfte war, in der Vorbereitung der materiellen, äh, Grundlage für eine Gesellschaft, wo wirklich alle frei sein können von Ausbeutung und Unterdrückung und, ähm, ja, auch frei sein von, von den Zwängen der Natur, so gut, so gut wie es geht. Und die, ähm, genau, die Wissenschaft der Antike hat sich so hoch entwickelt, dass man viele Erkenntnisse von damals in Wirklichkeit heute in vielen Gebieten noch braucht, und sie sehr relevant sind. Und, ähm, eben durch diese Entwicklung der Klassengesellschaft, die eben immer einhergeht mit Ausbeutung und Unterdrückung, haben wir heute eine Gesellschaft, haben wir heute einen Kapitalismus, wo wir ein so hohes ökonomisches, kulturelles Niveau erreicht haben, dass tatsächlich die gesamte Menschheit befreit werden kann. Dass, dass dies tatsächlich möglich ist, dass, dass man zum ersten Mal eine Gesellschaft bilden kann, äh, wo Kunst, Kultur, Wissenschaft irgendwie keine Privilegien von einer Minderheit sind, wo, wo wir nicht ausgebeutet und unterdrückt, äh, werden müssen. Und wo irgendwie gigante, wo, wo diese ganzen Reichtümer, diese ganzen, diese gigantischen Produktivkräfte, diese hochentwickelte Wirtschaft und Kultur, halt wirklich den, den Bedürfnissen der gesamten Menschen untergeordnet werden kann. Nicht umgekehrt. Und eben, diese Bedingungen sind extrem reif im Kapitalismus, sie sind wahrscheinlich überreif, aber sie werden irgendwie nicht automatisch einfach passieren, sondern sie brauchen die aktive, sie brauchen irgendwie die aktive, äh, Intervention von uns. Sie brauchen irgendwie, äh, ja, sie brauchen die aktive Intervention von uns. Und deswegen kämpfen wir, kämpfen wir gemeinsam, in Wirklichkeit, äh, genau, kämpfen wir, kämpfen wir gemeinsam und bauen eine Zukunft, in der die obersten Prinzipien, die Freiheit, die Bedürfnisbefriedigung, äh, der gesamten Menschheit sind. Frei von jeglicher Ausbeutung und Erdrückung. Applaus 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 Vielen Dank.